In diesem Video möchte ich euch mein Hähnchenleber-Ragout süß-sauer vorstellen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich Willkommen! Für vier Personen braucht ihr auch ein paar Zutaten, die da wären. 1 Kilo Hähnchenleber, 3 rote Zwiebeln, 1 Teelöffel Knoblauchmus oder eine Zehe, 200 Milliliter Sahne, 3 Esslöffel Schnittlauch, frisch, 2 Gläser Gewürzgurkensticks, hier 175 Milliliter, selbst angelegt, Salz und Pfeffer. Und hier oben gelangt ihr zum Video zu meinen Gewürzgurkensticks. Als erstes werden die Zwiebeln geschält und in grobe Würfel geschnitten. Dann werden die Gurkensticks abgeschüttet, wichtig, den Fond aufheben. Er ist die wesentliche Hauptkomponente bei dem süß-sauren Geschmack. Und dann werden die Gurkensticks in mundgerechte Würfel geschnitten. Die Hähnchenleber waschen, die stärksten Sehnen entfernen und wenn die Stücke zu groß sind, dann werden sie noch mal etwas kleiner geschmecken. In einem Topf oder einer hohen Pfanne wird hitzebeständiges Fett erhitzt. Darin werden die Zwiebeln scharf angebraten. Sie dürfen ruhig Farbe annehmen, denn das ergibt dann die Röstaromen. Wenn die Zwiebeln schon etwas Farbe angenommen haben, kommt der Knoblauch dazu. Dann die Leber dazu. Ebenfalls sehr heiß anbraten. Wenn die Leber rundherum Farbe angenommen hat, dann kommt die Sahne dazu. Dann muss das Ragout natürlich noch die Würze bekommen, also rein mit den Gurkensticks und dem Saft. Kurz vor Garzeitende noch die Schnittlauchröllchen rein und dann ist das Ganze fertig. Hier noch ein Anrichtebeispiel. Bei mir gab es Kartoffelstampf dazu. Wer im Übrigen meinen Knoblauchmus noch nicht nachgemacht hat, der sollte das unbedingt nachholen. Hier oben gelangt ihr zu dem Video. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.